Herzlich Willkommen in unserem Bergwerk Heilige Drei Könige. Hier befinden wir uns im Luftschutzgarten Freudenstadt. Es gibt Platz bis zu 500 Personen. Und im Winter sind hier die Pferde meist besonders geschützt. So, dann steigen wir jetzt auf Stufe 2. Es geht 6 Meter hinunter in den Berg. Hier wurde alles von Hand mit Eisen und Schlägel abgebaut. Jetzt sind wir in der ersten Haspelkammer. Es geht hier 25 Meter tief auf die nächste Bergwerksstufe. Und hier hat man mit dieser Haspel die vollen Eimer mit Schwerspat hoch transportiert und die leeren Eimer wieder runtergelassen. So, den ersten Zwischenboden haben wir geschafft. Jetzt geht es noch weitere 20 Meter runter ins Bergwerk. Hier kann man ganz toll den Schwerspat erkennen, der hier im Bergwerk abgebaut wurde. Und in diesem Schwerspat ist Silber enthalten. So, die Hälfte habe ich schon geschafft. Kommt mit, ich zeige euch noch den Rest. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind hier 52 Meter unterhalb vom Kienberg und über uns ist alles voll mit Felsen. So, hier sind wir jetzt noch im abgesperrten Bereich. Hier geht es noch mal 16 Meter in die Tiefe. Aber leider können wir da nicht runter. So, hier geht es noch mal 16 Meter.